Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin steht aktuell bei 56.000 US-Dollar. Wir werden natürlich gleich einen kleinen Blick in den Chart werfen und uns anschauen, wo die Reise als nächstes hingehen könnte. Zudem habe ich für euch wie immer spannende News mitgebracht, unter anderem Joe Biden, der 3 Billionen US-Dollar zusätzlich nochmal in den Markt pumpen möchte. Warum er das machen möchte und was die Auswirkungen natürlich auch für den Bitcoin damit wären, werden wir uns gleich anschauen. Und zudem werden wir darüber sprechen, warum 0,01 Bitcoin es bedeuten würde, dass man in Zukunft vielleicht reich ist. Was in diesem Zusammenhang reich bedeutet, werden wir uns gleich anschauen. Also jetzt kein Video, wo ich sage 100 Millionen US-Dollar Bitcoin als Kursprognose und dadurch werdet ihr reich. Einfach ganz klassisch an Vermögensaufteilung runtergebrochen. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Falls dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir wie immer mit der kurzen Marktübersicht. Die Marktkapitalisierung heute 1,75 Billionen US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz bei 59,4%. Da hat sich in den letzten 24 bis 48 Stunden nicht viel getan. Der Bitcoin nochmal 2,5%. Im Plus in den letzten 24 Stunden 56.000 US-Dollar knapp. Ethereum 1.700 US-Dollar. Ansonsten der Altcoin-Markt auch ziemlich im grünen Bereich. Einige Altcoins können hier ziemlich stark hervorstechen, wie hier zum Beispiel Solana mit 20% im Plus. Also einige Altcoins können ihren Bullenlauf noch stärker fortsetzen. Wir werden natürlich gleich aber in dem Bitcoin-Chart auch nochmal genauer uns anschauen, was bei Bitcoin los ist. Dann habe ich euch hier eine interessante Onchain-Metrik mitgebracht. Hier wird einmal dargestellt in blau, wie das Verhältnis zwischen den Bitcoins und den Stablecoins auf den Exchanges aussieht. Also das Verhältnis, was die Anzahl angeht der Coins jeweils, beziehungsweise der Bitcoins und Stablecoins. Und was wir dann immer wieder sehen ist, dass wenn wir hier an die Tops gelangen, dass dann dieses Verhältnis hochgeht. Dann entsteht wieder Verkaufsdruck, weil Bitcoins wieder eingezahlt werden auf die Exchanges, um dann Gewinne mitzunehmen. Und aktuell sind wir wieder auf einem sehr niedrigen Niveau mit diesem Verhältnis. Das heißt, im Verhältnis zu den Stablecoins, die zur Verfügung stehen. Also das repräsentiert im Prinzip die Kaufkraft aktuell, die auf den Exchanges gerade zur Verfügung stehen, die Stablecoins. Und im Verhältnis dazu sind sehr wenig Bitcoins aktuell auf den Exchanges. Aber die Monate hinweg können wir hier in diesem Chart auch sehr schön sehen, dass in diesen niedrigen Niveaus dann immer wieder der Startpunkt gelegt worden ist für die nächste Bewegung nach oben. Das haben wir hier zum Beispiel gesehen, nach dem neuen Allzeithoch waren wir hier sehr hoch mit diesem Verhältnis. Und dann sind wir runtergegangen, kurz davor waren wir hier mit dem Verhältnis runter. Also standen wieder sehr wenig Bitcoins zur Verfügung, der Verkaufsdruck war nicht so hoch und dadurch konnte dann die nächste Bewegung nach oben hingelegt werden. Aktuell sind wir wieder auf so einem niedrigen Niveau. Natürlich wie immer der Hinweis, es gibt keine Garantie, aber das ist wieder ein sehr schöner Indikator dafür, was aktuell auf dem Markt los ist. Und auch bei den Funding Rates haben wir hier wieder eine sehr interessante Entwicklung. Und zwar haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass hier, ja vor allem wenn die Funding Rates ziemlich hoch werden, dass dann das Top hingedeutet wird, dass der Markt sehr überhitzt und overleveraged ist. Und immer wieder, wenn die Funding Rates runtergehen, ist das auch wieder eine Möglichkeit, dass dann die nächste Bewegung nach oben gemacht werden kann. Und aktuell ist es wirklich sogar so, dass wir negative Funding Rates hatten, gestern zumindest. Und das ist wieder sehr positiv, wie ich finde, dass jetzt hier nicht die Mehrheit wieder sehr stark long eingestellt ist und überhitzt ist, sozusagen overleveraged ist auf dem Markt. Also hier ist das Fundament wieder gelegt worden. Ihr könnt es auch hier nochmal sehen, am 25. wo wir hier unter die 52.000, 51.000 US-Dollar Marke gefallen sind, war es auch schon ganz kurz negativ. Und danach ist die Bewegung nach oben gekommen. Also auch dort sind wir, was die Grundlagen angeht, für die nächste Bewegung nach oben gut aufgestellt. Dann gibt es eine spannende News hier aus Indonesien. Wir sehen ja aktuell, dass ja der Trend eher dahin geht, dass jetzt die Unternehmensseite sozusagen jetzt schon abgehakt ist, die Narrative. Wir haben 2020, 2019 darüber gesprochen, dass Unternehmen und Institutionelle reinkommen. Jetzt fängt man schon damit an, die Narrative sozusagen auch aufzubauen, weil immer mehr Meldungen dahin kommen, wie zum Beispiel Miamis Bürgermeister, der sich für Bitcoin interessiert und sagt, die Gelder der Stadt sollten auch ein Teil in Bitcoin investiert werden, etc. Und sowas verhäuft sich immer mehr und wir haben jetzt hier diese Meldung aus Indonesien. Dort wurde es angekündigt, dass in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar schon nächsten Monat, eine eigene Kryptobörse veröffentlicht wird, die dann auch vom Staat unterstützt wird. In Indonesien ist es besonders wichtig, weil dort sehr viele Bürger im Ausland arbeiten und das Geld dann ins Inland transferieren müssen. Und was bietet sich da besser an als Kryptowährungen, die dann wirklich auch schnell abgewickelt werden können und dann auch wenig Gebühren dann auch vorweisen bei den Transaktionen. Und das sehen wir hier in den Ländern vor allem, wo auch ja diese Entwicklung dann vonstatten geht, wo dann auch diese Nachfrage so hoch ist. Und das finde ich wirklich sehr interessant, wie das am Ende des Tages aussehen wird. Müssen wir natürlich abwarten, aber Indonesien macht hier anscheinend den ersten Schritt, als Staat eine eigene Kryptobörse aufzubauen, die dann auch vollständig reguliert ist, wo die Menschen dann auch Sicherheit haben, dass da nichts passieren kann, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und Microsoft beschäftigt sich anscheinend auch mit Bitcoin. Es ist hier ein Screenshot oder ein Foto besser gesagt von der Xbox. Und da gab es eine Payment-Umfrage, also eine Zahlungsumfrage, wie zum Beispiel, wie siehst du gerade aktuell die Möglichkeiten auf Xbox, die Sachen zu bezahlen? Wie findest du die Option? Und dann konnte man auch noch auswählen, was man denn in Zukunft sehen wollen würde, mit welcher Zahlungsmethode man hier bezahlen kann. Und man kann hier mit Bitcoin antworten. Also die überprüfen aktuell anscheinend auch, ob denn die Nachfrage besteht, mit Bitcoin auf der Xbox zum Beispiel zu bezahlen. Wenn es da auch die Einführung gibt, bin ich mal gespannt, ob das dann auch wirklich so wahrgenommen wird. Aber auch Microsoft beschäftigt sich aktuell mit Bitcoin anscheinend über die Xbox hier mit den Payments, wie ich finde, auch sehr spannend aktuell. Kurzer Hinweis nochmal zu Coin-Tracking. Viele fragen ja Steuerthematiken und wie man das Ganze handhaben kann. Ich kann auf jeden Fall Coin-Tracking empfehlen. Dort könnt ihr eure APIs von den Exchanges rüberziehen, hier bei Coin-Tracking einpflegen. Und dann wertet ihr das Ganze für euch aus. Ihr habt hier Portfolio-Tracking und könnt dann auch direkt Steuerreports erstellen. Müsst nicht alles händisch eingeben, wann ihr was gekauft habt. Wenn ihr das machen wollt, ich habe einen Link in der Videobeschreibung dazu. Da kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt, falls ihr euch da das Paket dann kauft, um Steuerreports zu machen. Müsst ihr aber auch nicht machen. Also das könnt ihr auch gerne auch hier anwenden, indem ihr euer Portfolio dann trackt und euch anschaut, wo ihr wann was gekauft habt. Super Übersicht, alles automatisiert und ganz einfach. Gibt es auch sehr schöne Beispiele, wie man das Ganze dann auch einpflegt. Ist wirklich kinderleicht. Falls euch das interessiert, checkt gerne den Link in der Videobeschreibung ab. Viele stellen sich ja die Frage, wie viel Bitcoin sollte man denn haben? Wie viel Bitcoin lohnt es sich zu kaufen? Sollte man jetzt noch kaufen? Gibt es langfristig überhaupt noch Potenzial? Und da gibt es natürlich die schöne Sichtweise des Bitcoin-Supplies. Wir können maximal 21 Millionen Bitcoins gemeint haben und aktuell sind etwa 18,6 Millionen gemeint. Und wenn man das Ganze sich betrachtet, hier in diesem Chart, wie die Inflationsrate aussieht und wie die hier in blau gestrichelte Linie des Gesamtsupplies aussieht, die Entwicklung, dann werden wir sehen, dass sich das immer mehr verknappt. Darüber sprechen wir ja auch hier auf dem Kanal immer wieder. Und was man dann machen kann, wenn man sich dann betrachten möchte, ja mit wie viel Bitcoin gehöre ich denn zu den reichsten? Wenn man Bitcoin sich betrachtet, kann man das mal ganz schön runterbrechen, indem man hier sich die Vermögensverteilung auf der Welt sich einmal anschaut. Und wir sehen hier, das ist ein Global Wealth Report hier 2020 von Credit Suisse. Insgesamt haben 51,9 Millionen Menschen ein Nettovermögen von über 1 Million US-Dollar und die beanspruchen 43% des weltweiten Vermögens. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, schon überlegen, Bitcoin-Supply beläuft sich aktuell auf 18,6 Millionen um den Dreh, heißt, bleiben noch 2,4 Millionen Coins übrig, die man noch meinen kann. In 10 Jahren wird das Angebot auf etwa 20,6 Millionen belaufen. Das entspricht 98% der 21 Millionen Coins, die es insgesamt gibt. Wenn man die 1,9 Millionen Coins aus dem Bitcoin-Angebot auch noch rausnimmt, die wahrscheinlich verloren sind, es gibt da Hochrechnungen, die sagen 3 Millionen, manche sagen 4 Millionen, also all die Coins, dessen Private Keys verloren gegangen sind, wo es keinen Zugang mehr gibt, dann kann man sich das ausrechnen, wie es denn aussehen würde, zum Vergleich mit der Vermögensverteilung mit dem Fiat-Geld. Und wir werden sehen, dass man 0,28 Bitcoin braucht, um zu den Millionären zu gehören. Also allen Millionären der Welt stehen 0,28 Bitcoin zur Verfügung, die sie kaufen könnten, wenn jetzt alle Millionäre Bitcoin kaufen wollen würden. Dann kann man natürlich auch noch die Menschen betrachten, die über 100.000 US-Dollar Vermögen besitzen. In Deutschland ist es wahrscheinlich noch mehr, aber wenn man sich die Länder anschaut, die ärmer sind, sind 100.000 US-Dollar sehr, sehr viel Geld und da braucht man nur 0,01 Bitcoin, um das Ganze in Relation dazu zu sehen. Also wenn man 0,01 Bitcoin besitzt, ist es so, wie wenn man 100.000 US-Dollar im Fiat-Geldsystem besitzt. Und das finde ich eine sehr coole Aufschlüsselung, die man hier gemacht hat. Hier geht es natürlich in der Grafik nur um das Fiat-System, aber das kann man sehr schön runterbrechen. Also wenn man 0,01 Bitcoin besitzt, dann gehört man wirklich zu einer der 12% reichsten Menschen der Welt. Und das ist auf jeden Fall, was man immer im Kopf behalten sollte. Man braucht nicht unbedingt einen Bitcoin zu besitzen. Man braucht nicht unbedingt mehrere Bitcoins zu besitzen. Bitcoin ist wirklich rar. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Wenn man einfach überlegt, dass es mehr Millionäre als Bitcoins auf der Welt gibt, dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch zu akkumulieren dadurch. Irgendwann kommt man dann vielleicht auf 0,01 Bitcoin oder 0,01 Bitcoin, je nachdem, wie man akkumuliert. Und das sollte auf jeden Fall die Devise sein, langfristig meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Meinung. Das habe ich über die Jahre hinweg auch so gemacht und mache ich immer noch, dass ich immer einen Teil in Bitcoin weiter reintue. Und dadurch weiter akkumuliere. Und das sehen wir ja auch in den Unternehmen. Wir sehen MicroStrategy, die immer wieder bei jedem Zip 50 Millionen hier, 30 Millionen da nachkaufen. Die wollen einfach mehr Bitcoins besitzen. Und das sollte auch bei privaten Anlegern die Devise sein. Und damit fährt man, glaube ich, langfristig gut. Wo dann der Preis am Ende des Tages landen wird, kann, glaube ich, keiner beantworten. Natürlich gibt es da draußen immer diese Mondprognosen. Aber wenn man sich die Vermögensverteilung anguckt, ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Ansatz, wie man das Ganze gut vergleichen kann. Und man muss sich ja auch überlegen, dass diese Millionäre dann nicht nur einen Bitcoin kaufen oder nicht nur diese 0,28 Bitcoin kaufen. Also es wird ja nicht so fair verteilt sein. Und wir sehen ja auch zum Beispiel Milliardäre, zum Beispiel hier aus Norwegen. Der hat jetzt hier auch in Bitcoin investiert und hat sogar einen sehr großen Anteil an einer norwegischen Krypto-Exchange gekauft. Also auch die Milliardäre bewegen sich dahin, in Bitcoin auch zu investieren, weil sie ganz genau auch sehen, was im Fiat-System auch los ist. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was in den Staaten los ist, was mit dem US-Dollar los ist. Und alle beschäftigen sich damit. Im Endeffekt sehen wir es ja auch, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, in den Ländern, wo hohe Inflation herrscht, da ist das Interesse noch höher als hier bei uns zum Beispiel, weil man hier die Inflation nicht so stark zu spüren bekommt, wie es in den anderen Ländern der Fall ist. Und dadurch können wir diese Entwicklung langfristig dann auch so sehen. Und deswegen sollte man das ja auch so betrachten mit der Vermögensverteilung. Kommen wir jetzt zu Joe Biden, kommen wir jetzt zu den Stimulus-Checks, zu den Stimulus-Hilfen etc., die die Wirtschaft ankurbeln sollen, die die Krise dann auch irgendwie bewältigen sollen. Wir haben 1,9 Billionen US-Dollar gesehen. Viele Amerikaner haben 1.400 US-Dollar geschenkt bekommen über den Stimulus-Check. Und jetzt kam mir sogar noch diese Meldung hier auf, dass es wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Und jetzt gibt es die neue Meldung und zwar bereitet sich das Weiße Haus darauf vor, nochmal 3 Billionen US-Dollar in den Markt zu pumpen, um die Infrastruktur noch weiter am Laufen zu halten und auch noch weiter zu entwickeln für erneuerbare Energien, aber auch für den Arbeitsmarkt, weil man der Meinung ist, wenn man das nicht macht, dass ja diese Einbußen, die jetzt während der Krise entstanden sind, in den nächsten 10 Jahren nicht aufgeholt werden können. Und wir sehen ja das Ganze auch hier im M2 Money Stock Supply oder Money Supply, dass hier, ja wir haben es ja 2020 schon gesehen, dass 30% des Money Supply hier vom US-Dollar alleine letztes Jahr gedruckt worden sind, in Umlauf gekommen sind. Und das hat natürlich auch große Risiken, wie sich das noch in Zukunft entwickeln wird, werden wir abwarten. Aber ja, Fiat Geldsystem wird immer weiter natürlich mit quantitativen Lockerungen auch immer weiter unter Druck gesetzt. Wir sehen es immer wieder und das hat natürlich Vorteile für Bitcoin, weil wir gerade ja auch gesehen haben, es gibt ein maximales Supply an Bitcoin. Es ist rar, da kann keiner kommen und sagen, wir machen jetzt hier nochmal 5 Millionen Bitcoins in den Markt oder ins Netzwerk rein, weil wir es gerade brauchen, das geht einfach nicht. Und deswegen ist Bitcoin aktuell so beliebt und deswegen steigen auch die ganzen Unternehmen ein und die ganzen, ja wohlhabenden Personen auch ein, um ihr Kapital dann auch irgendwie zu diversifizieren und auch irgendwo zu hatchen, damit, wenn dann irgendwann das Fiat Geldsystem vielleicht die Inflation dann auch ankommt und vielleicht auch noch stärker kommt, dass man dann auch besser aufgestellt ist. Kommen wir jetzt zum Bitcoin Chart, kurzes Update. Im letzten Video haben wir uns hier noch in der blauen Zone befunden, das war ja eine Unterstützungszone, wo wir runtergebrochen sind. Dann sind wir beim ersten Anlauf nicht rübergekommen. Beim zweiten Anlauf sind wir jetzt rübergekommen, sind hier auf den Point of Control des Volume Profiles hier angelaufen, also dort, wo die meisten Orders dann auch drin liegen am Ende des Tages. Das seht ihr hier sehr schön. Sind hier jetzt abgeprallt, aktuell hier in Widerstand bei etwa 56.000 bis 56.500 US-Dollar. Und interessanterweise, wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Fib Retracement anlegen und hier das Golden Pocket anschauen, falls wir jetzt hier drüber kommen, ist die nächste Devise die 58.000 US-Dollar. Also hier dieser Bereich wird für mich als nächstes wichtig sein, falls wir hier weiter hochbrechen. Vor allem, wenn wir ein bisschen rauszoomen, wenn wir sehen, hier im Volume Profile, dass es genau ab da auch hier ein starkes Gefälle mit dem Volumen gibt. Also wenn wir da rüberkommen, können wir sogar hier diesen Bereich von 60 bis 62, also das Allzeithoch wieder angreifen, wenn wir hier rüberkommen. Aber ich erwarte bei 58.000 US-Dollar nochmal einen Widerstand. Nach unten hin habe ich euch die Marken ja schon in den letzten Videos immer wieder genannt. Schaut es euch gerne an. Das mal als kurzes Update hier für den Bitcoin-Chart. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lasst auch gerne einen Daumen nach oben, da das hilft mir wirklich sehr. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.